Joho ihr Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal und zu Let's Play Bioshock. So, für uns geht's jetzt nach Arcadia. Ich wollte allerdings gucken, ob ich nicht noch irgendetwas abgreifen kann. Und zwar hatte ich doch hier vorne irgendwo noch ein paar Sachen, die ich glaube ich mit Telekinese anziehen könnte, oder? So, hier habe ich ja schon alles rausgeholt. Wartet mal, kann ich von hier irgendwo ran... Wow, Geld! 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 Dollars! Dollars! Die habe ich ja gar nicht gesehen, die Dollars hier. Oh, wie cool! Kann ich da nicht ran? Ich will das Geld. Doch, ich hab's. Ich hab's. Ach, wie schön! Wie schön! So, da kann ich da rüber? Irgendwie, nee, ne? So, da ist auf jeden Fall noch ein Verbandskästchen. Ich glaube, Pepp-Riegel lagen da ja auch noch, ne? Den Leadhead-Splicer hatte ich. Und den Spider-Splicer auch. Aber was ist denn das hier? Was ist denn das hier überhaupt? Achso, das ist ein Fass gewesen, was da irgendwie umgekippt ist. So, wo komme ich... Wie komme ich da jetzt dran? Wartet mal. Ich glaube, von der anderen Seite. Von hier aus, ne? Ah, da. Genau, da. Holen wir das mal ran. Und was sollen das? Pepp-Riegel? Genau, die habe ich dann auch mal direkt gegessen. Oh, da sind bestimmt mal mehr. Wow! Hey! Ich kam da dran! Aus der Entfernung! Das ist ja toll! Das hätte ich nicht gedacht. Na, Marlene-Low brauche ich nicht. So, aber hier gab's, glaube ich, auch noch irgendetwas. Irgendetwas. Haben wir die gehackt? Ja, 10 Dollar dürfte gehackt sein. Ich kaufe da auch einmal eine Ladung. Genau. So, noch einmal hier zurück. Das ist also die letzte Vita-Chamber, die wir hatten. Hm, hm, hm. So, und hier gab's nichts mehr, ja? Nee. Oder? Ah, doch, 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 warte. Mal. Hier hinten, bei dem einen... Nee, Whisky und so weiter, brauche ich nicht. Hier kriechen wir mal schnell durch. Bei dem einen Geschütz hatte ich doch noch ein paar Sachen zurückgelassen, oder nicht? Genau, der hatte nur Alk dabei. Überhaupt überall Alk. Alkohol, Alkohol. Hä? Ist hier... Wo bin ich denn... Achso, von da oben bin ich gekommen. Stimmt, von hier oben bin ich gekommen und da liegt es noch. Aber tatsächlich, es ist eine Eve-Spritze. Und genau Eve brauche ich gerade nicht. Na gut, okay, dann also nochmal zurück, meine Güte. Ich drück ständig Shift, um zu rennen. Und dabei geht das doch in dem Spiel gar nicht, ja? Lass dich daran, weil ich gerade erst Sherlock Holmes gespielt habe. Und, äh, Sherlock kann rennen. Aber Jack kann nicht rennen. Jack kann aber hier ganz doll springen. Arcadia. Boah, ich bin gespannt, was das ist. Können wir das auf unserer Karte schon sehen? Raussoomen vielleicht mal. Wartungstunnel. Ziel U-Boot Bay. Nee. Leider nicht. Lass mal hier durchlatschen. Fußabdrücke mache ich ja keine davon. Ist nicht wie bei Outlast. Wo wir dann überall schleimige Abdrücke hinterlassen. Hm. Ich glaube aber in Arcadia liegt hier auch noch Zeugs auf dem Boden. Genau, ich erinnere mich. Was ist das? Oh. Ein Handel angeboten. Dieser irische Mistkerl hat mir einen Handel angeboten. Ich liefere Ihnen Fontaine ans Messer und ich bin ein freier Mensch. Ganz einfach. Woher soll ich wissen, dass dieser Wichser nicht von Fontaine kommt? Woher soll ich wissen, dass sie nicht alle zu Fontaine gehören? Fontaine hat das Adam. Und jeder will es haben. Ryan hat nur eine große Klappe und einen schicken Anzug. Sogar hier unten sieht jeder Idiot, woher der Wind weht. Also Fontaine hat hier unten das Sagen, ja? Na gut. Okay. Boah, hinter mir geht die Tür zur Wette. Oh oh. Shot nach Arcadia. Sicherheitskameras solltest du nicht immer gleich zerstören. Mithilfe der Security Beacon Plasmids oder durch Hacken kannst du sie ebenso gut für dich arbeiten lassen. Ja. Das tue ich. Das tue ich immer. Kann ich eigentlich auf dieser Seite auch wieder öffnen? Oh, wie schön. So. Moira. Moira. Das sieht Ryan ähnlich. Wartet, bis wir fast draußen sind und dann schlägt er zu. Wir finden diesen Dreckskerl. Wir finden ihn. Und dann reißen wir ihm das Herz aus dem Leib. Ich bin an diesen Ort gekommen, um das Unmögliche zu erbauen. Du aber bist gekommen, um zu stehlen, was du niemals selbst hättest erschaffen können. Ein Hunne, der staunend vor den Toren rumsteht. Sogar die Luft, die du atmest, hast du nur von mir geschnorrt. Nun denn, atme tief ein. Dann kannst du dich später vielleicht an ihren Geschmack erinnern. Geh zur Tauchkugel bei den Rolling Hills. Sie wird dich direkt in die Höhle des Löwen bringen. Dann werden alle Schulden vollständig beglechen. Boah, ich kann aber richtig froh sein, oder? Dass Atlas jetzt hier nach der Aktion nicht irgendwie total dicht gemacht hat und mich hängen lässt. Neues Ziel geht zur Metro Station. Also, das hätte ich durchaus verstanden, wenn er... Kann ich... Nee, hier kann ich ja nicht hingucken. Ähm, das hätte ich jetzt absolut verstanden, wenn er gesagt hätte... Jack. Scheiß auf Jack. Hier sollte ich also zurückkommen, wenn ich noch mehr Verbandskästen brauche. Batterie? Ich habe eine Batterie gefunden. Du hast einen Bestandteil gefunden. Sammle Bestandteile ein, um an einer U-Invent-Station etwas herzustellen. Ach. Das ist ja irre. Okay. Bist du und guckst. Das ist ja normal. Da geht es wohl lang. Jetzt haben wir noch einen Vita-Chamber. Und ein Gummischnauch. Aha. Okay, das ist jetzt das erste Mal, dass wir solche Sachen finden. Da können wir nicht reingucken. Schlösser sind immer ein schlechtes Omen. Aber das ist eine schöne Tür. Und wir haben hier Pflanzen. Pflanzen, die tatsächlich hier über die Fugen der Steine kriechen. Was ist das für ein Geräusch? Oh, wow. Arcadia. Ist Arcadia ein Garten? Äh, ne. Drei meint ich so. Ich lade mal, glaube ich, besser gerade mal alles nach, was wir hier haben. Das geht nicht mehr nachzuladen. Das auch nicht. Das ist aber der 00-Schrot, den ich früher nie gebraucht habe. Okay, die Splittergranaten. Kann ich da was anderes? Nein, kann ich gar nicht. Aha. Und natürlich die 6. Wisst ihr was? Ich gehe nochmal gerade zurück und gucke mal, ob man eine Vita-Chamber fotografieren kann. Moment. So. Kein Motiv in Sicht. Kein Foto geschossen. Ach, Mann. Dass man wirklich nur Gegner anscheinend hier treffen kann, ja? So, ich muss aber das in die Hand nehmen. Gut. Tee-Garten. Tatsächlich. Es scheint ein Garten zu sein. Und... Ähm. Das sind aber Grabsteine. Da stehen aber Grabsteine im Garten. Das sind doch Grabsteine. Oh, wow. Und dieser Baum da drüben blüht violett. Tee-Garten. Okay. Was haben wir denn hier? Ist das eine Krypta? Ich denke... Ich denke ständig, dass ich crouche. Das ist echt gruselig. Ich kann sie nicht lesen. So, hier haben wir noch mal so einen Belüftungsschacht. Können wir nicht öffnen anscheinend. Schade. Aber es scheinen wirklich Krypten zu sein, ha? Da haben wir die Kette. Die große Kette. Von der Seite auch nicht? Faith. Faith. John Maynard. Was? Keynes. Adam und Ada Smith. Okay. Aber immerhin steht was drauf. Tatsächlich. Tee-Garten. Oh, wow. Ist das schön. Aber wie... Hier sind keine Tageslichtlampen. Wie können diese Pflanzen hier gedeihen? Uh, wen haben wir denn da? Eine leere Hypospritze. What's that? Okay, also wir können demnächst Dinge bauen, ja? Oh, wei. Das ist ja für mich eine große Quelle von Fehlern. So, ein Tagebuch. Gespenster sehen. Ja, das habe ich ja auch. Ich habe auch Gespenster gesehen. Sieht ganz so aus, als würden einige armselige Gestalten schon anfangen, Gespenster zu sehen. Gespenster. Ryan hat gesagt, das sei eine Nebenwirkung der Plasmide. Die Erinnerungen des einen Schwachkopfes werden durch genetisches Sampling auf den anderen übertragen. Wassereinbruch, Geisteskranke, Rebellion und jetzt auch noch Gespenster. Ist das Leben in Rapture nicht einfach wunderbar? Oh, oh. Hier ist gar keiner. Shit. Jetzt habe ich natürlich passend zu diesem Audiolog auch noch einen Gespenst gesehen. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Wo bist du denn? Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Das hört sich irgendwie... Oh Gott, bitte! Hilf mir doch jemand! Wo bist du denn? Wo bist du denn? Das hört sich eigentlich recht vernünftig an, wie er das so sagt, ja? Ich gehe erstmal nochmal auf der anderen Seite hier entlang. Mal gucken. Was haben wir denn da? Rapture Metro. Oh, Metro ist aber richtig! Hier will ich auch hin. Arcadia Glance, Rapture Metro. Herrgott, nochmal, ist da jemand? Ja, ich. Sie sind überall! Was? Oh Mann. Und jetzt? Was? Sie sind überall... Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Du verarschst mich doch. Also bisher habe ich eigentlich jeden, den ich getroffen habe, sofort umgebracht. Weil die allerdings auch alle auf mich sofort draufgegangen sind. Das finde ich jetzt nicht toll, dass der mich jetzt hier einfach anspricht. Da muss ich nämlich mal darüber nachdenken, ob meine vorherige Vorgehensweise vielleicht an der einen oder anderen Stelle unangebracht war. Oh oh. Das ist alles nicht schön hier. Okay, gehen wir ihm abends erst mal so hinterher. Kannst du mir helfen, Mann? Kannst du mir helfen? Hey, hierher! Nix, ey, hierher. Bleib stehen! Oh! Er bestand aus gar nichts. Oh Mann. Oh Mann, das ist gruselig. Oh nein, das finde ich überhaupt nicht toll. Ist er jetzt wirklich dahin? Ich kann nicht mehr ihm nehmen. Was ist das? Ah, super. Mehr Munition und dergleichen mehr. Ich gucke mich mal hier um. Ah, schaut mal an. Was haben wir denn hier? Entweder ich kann hier unten drunter durch oder ich kann hier rüber. Okay, ähm, es sind keine Gegner. Äh, es sind keine Gegner. Jetzt blitzt es hier im Wasser und ich, da irgendwo. Splittergranaten. Noch mehr? Das ist nicht so toll, wenn die Sachen ins Wasser fallen. Splittergranate. Weil ich sehe die so gar nicht richtig. Wie großartig. Ist da noch irgendwas im Wasser? Nö, ich bin nur über irgendwas drüber gelaufen. Was ist denn hier hinter? Boah, ich würde das gerne sehen. Das ist bestimmt irgendwie was Interessantes. Aber es ist überwuchert von Pflanzen. So, brauchen wir Eve? Komme ich hier halt zurück. Da kann ich auch noch entlang gehen. Ich gehe aber... Raptor Metro ist mein Ziel, ne? Dann gehe ich hier erstmal wieder raus und versuche, diese Türen hier zu nehmen. Okay. Ist es das, was ich hier gerade gesehen habe? Ich glaube, da käme ich raus, oder? Ja, schauen wir uns erstmal hier um. So, Adam. Äh, was? Ach, Adam in der Massenproduktion. Ich dachte schon, das ist eine Spritze mit Adam. Das wäre ja wohl mal geil gewesen. Ja, aber ich stelle mich wieder hier hin. Nicht, dass hier wieder irgendwas passiert. Das Verfahren zur Vermehrung ist ein Erfolg. Die Schnecken allein konnten nicht genug Adam für unsere Zwecke produzieren. Doch in Zusammenarbeit mit dem Wirt, da sieht es schon viel besser aus. Die Schnecke wird in die Magenschleimhaut des Wirts implantiert. Durch die Verwertung der wieder ausgewürgten Nahrung des Wirts ist die Adam-Ausbeute 20 oder 30 Mal so hoch wie vorher. Das Problem ist jetzt, dass es zu wenig Wirte gibt. Fontaine sagt, nur Geduld, Tennenbaum. Bald wird das erste Heim für Little Sisters eröffnet. Damit ist das Problem schon gelöst. Ach du Scheiße. Okay, also die Schnecke ist ein Tiefseeparasit und eingepflanzt in die Magenschleimhaut eines Wirtes kann der Wirt beim Verzehr von was auch immer Blut Adam produzieren. Und das machen jetzt die kleinen Schwestern, ja? Ach so, die trinken auch aus dieser Spritze, ne? Das heißt, die wandeln irgendwie in ihrem Magen. Aber wie holen denn die? Ich will gar nicht wissen, wie die dann das Adam wieder aus der Rausholen. Aus den Little Sisters. Okay. Okay. Aha. Ich wäre da... Hä? Wäre ich da oben rausgekommen? So, leider muss ich auch hier mal überall durchgucken. Oh, ah ne. Ich wäre da wahrscheinlich rausgekommen, ja? Genau, da unten wahrscheinlich wäre ich rausgekommen. Arcadia Glance. Na gut. Dann werde ich... Oh, Süße. Ich bin sowas von aufgespleist. Davon wagst du nicht mehr zu träumen. Komm hierher. Oh Gott. Oh Gott. Wie die aussahen. Also sowas von aufgespleist ist ja gar kein Ausdruck. Was für einen Abend ich vorbereitet habe. Alles ist bereit. Blumen. Eine Flasche Wein. Sogar zwei Karten für den Tee-Garten. Nichts bringt die Miezen mehr in Stimmung als eine Nacht in Arcadia. Jetzt muss ich bloß noch beim Thriftycare vorbeischauen und ein Medipack abholen. Nur zur Sicherheit. Man sagt, Angelina sei nicht zum ersten Mal im Tee-Garten. Das war also Angelina jetzt, ja? Und die Mädels stehen auf den Tee... Oh, ich bin jetzt erschreckt vor dem... Vor dem blöden Wasserfall da. Ah, ich dachte, da hat sich was bewegt. Ähm, was ist denn der Tee-Garten? Ist das, äh, Arcadia? Ist das sowas wie die Vergnügungsmeile? Kann das sein? So, und ich komme hier wahrscheinlich nicht rauf, ne? Oder? Ich kann da nur reingucken. Und muss aber hier durch diesen Seitengang wahrscheinlich dahin gelangen. Dann machen wir das mal. Oh mein Gott, ich brauche jetzt hier überhaupt gar keine Gegner. Also die Stimmung hier ist so furchtbar. Das ist so gruselig hier. Oh, ich glaube, ich habe den echt zerstört. Den Typen kann das sein? Mist, ich hätte mir wahrscheinlich angucken sollen, wo der hin ist. Ähm, und jetzt? Kann ich da drüber springen? Ja? Ach so, oder warte da. Warum nicht einfach so? Verdammt. Also, ich schlag hier so ein bisschen was ab, aber das war es dann auch schon. So, wenn ich... Ich muss doch da irgendwie reinkommen können. Ja. Äh, bap, 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 bap. Vielleicht, vielleicht... Nee, ich komme nicht. Ist eine unsichtbare Wand. Okay, schade. Ich habe gedacht, ich käme vielleicht da durch. War wohl ein Trugschluss. Na gut, dann also tatsächlich erstmal Richtung Metro. Und dann gucken. Da geht es nach oben, das ist schon mal gut. Er stand hier und der hatte mich hierher gewunken. Dünger. Mitnehmen kann ich den nicht. Lagerkiste. Patronenhülle. Mhm. Wisst, warum habe ich den Geist zerstört? Weil ich ihn furchtbar gruselig fand. Oh Gott. Hat der Schnuckel zu mir gesagt. Das ist ja toll. Was ist das? Was hat er sich hier gemacht? Das ist wahrscheinlich der verrückte Gärtner von, ähm, vom Tea Garden, ja? Ja, ich folge dir ja schon. Ist das eins bleißer? Ist das eins bleißer? Oh mein Gott, ist das eins bleißer? Ich werde lieber meinen... Ich bin ja schon auf dem Weg. Oh, ein Zirkus der Werte? Uh. Was ist das? Fuck, was ist das für einer? Oh, scheiße. Äh, Moment, Moment. Telekinese vielleicht? Der wirft doch mit irgendwas nach mir. Der Wichser. Ich werfe dir jetzt zurück. Äh, Mist. Wo ist der Typ? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Eine Genbank. Bandagen kann ich gebrauchen. Arcadia ist geschlossen. Dieses Arcadia ist ab heute nur noch für zahlende Gäste geöffnet. Erst stellt der Mann mich ein, um einen Wald auf dem Meeresgrund zu pflanzen. Und dann sorgt er dafür, dass ein Waldspaziergang ein Luxus für Privilegierte wird. Rein fragt, sollte ein Farmer seine Nahrungsmittel nicht verkaufen dürfen? Darf ein Töpfer kein Geld mit seinen Töpfen verdienen? Ich wollte gerade anfangen, mich mit ihm zu streiten. Als mir wieder einfiel, wer mein Gehalt bezahlt. Das einzige, was schlimmer ist als ein Heuchler, ist ein arbeitsloser Heuchler.